Herzlich willkommen zu einem neuen und weiteren Video von mir. Heute sehen wir uns wieder einige sehr sehr spannende Themen an. Zum einen geht es um eine mögliche Kryptorevolution durch Polkadot und warum Polkadot in dem Atemzug auch noch ordentlich nach oben geschossen ist, sehen wir uns gleich an. Außerdem geht es um Cardano, die nun über 2 Dollar liegen. Hier gibt es einige Gründe und warum Cardano dennoch gestern nicht der Tagessieger war, sehen wir uns ebenfalls an. Und zu guter Letzt geht es um Einblicke in Tether und um die Zusammensetzung der Reserven, denn diese wurden nun kommuniziert. Doch was das am Ende zu bedeuten hat, gibt es dann am Ende noch. Falls dir diese Themen jetzt schon gefallen und du auch in Zukunft keine Videos mehr verpassen möchtest, dann lass doch gerne direkt erstmal einen Daumen nach oben da und abonniere gerne meinen Kanal. Bybit, unser Partner für Strayen, hol dir jetzt deinen Krypto-Tuts-Vorteil. Link in der Beschreibung. Sehen wir uns das allererste Thema an und hierbei geht es vor allem um Polkadot, um das Ökosystem und um Parachain-Auktionen. Ihr habt es wahrscheinlich mitbekommen, wenn ihr euch die Charts täglich anguckt, dass Polkadot im Vergleich zu den meisten anderen Kryptowährungen nach oben geschossen ist, nochmal um knapp 14% innerhalb der letzten 24 Stunden. Und dafür gibt es auch eine relativ einfache Begründung und zwar geht es hierbei um die sogenannten Parachain-Auktionen. Denn die Idee ist, von Polkadot ja das Ökosystem auf die nächste Stufe zu bringen und dieses ganze Thema rund um diese Auktionen betrifft zum jetzigen Zeitpunkt erst einmal Kusama und das Testnetzwerk Westend. Doch wird in Zukunft, vor allem in den kommenden Wochen, wahrscheinlich auch für Polkadot ausgerollt. In dem Fall geht es vor allem um Blockchain-übergreifende Transaktionen, ein skalierbares Netzwerk und flexible Aktualisierungen von Blockchain-Netzwerken. Das ist so die Idee hinter Polkadot und natürlich auch hinter den Parachain-Auktionen. Doch das große Problem war in der Vergangenheit eben, dass wir keine dezentralen Anwendungen im Polkadot-Ökosystem haben und nutzen können. Und das lag vor allem daran, dass eben diese Parachain-Auktionen noch gefehlt haben. Das hat sich aber nun geändert, denn vor zwei Tagen am 13. Mai wurde auf Reddit ein entsprechender Post veröffentlicht. Da geht es vor allem um den Code von Parachain-Auktionen und um Crowdloans, die nun zur Verfügung stehen. Zunächst erstmal auf Kusama und dem dort Testnetzwerk Westend. Es soll aber in weiterer Folge natürlich auch für Polkadot freigeschaltet werden. Alleine aufgrund dieses Posts und aufgrund der Erwartungshaltung gegenüber von Polkadot ist dem auch der Preis nach oben geschossen, weil diese ganzen Themen eben in Zukunft dann auch für Polkadot freigeschaltet werden und viele Investoren natürlich davon ausgehen, und das in dem Moment, wo zum Beispiel Smart-Contract-Anwendungen und so weiter kommen, eben der Preis nochmal ordentlich nach oben schießt. Das sind nun mal ambitionierte Ziele, die hinter der ganzen Geschichte stehen. Unabhängig davon gibt es dennoch den Ansatz, diese Sachen umzusetzen. Es gibt im ETH-Kontext ja schon relativ viele Anwendungen, die funktionieren, die umgesetzt worden sind. Auch viele weitere Kryptowährungen haben es hinbekommen, entsprechende Anwendungen umzusetzen. Auch hier bin ich der Meinung, dass Polkadot die Möglichkeit hat und sicherlich auch die Chance ergreifen wird, das Ganze hinzubekommen. Natürlich sind sie trotzdem auf externe Kräfte angewiesen, auf entsprechende Unternehmen, Projekte und so weiter, die Anwendungen programmieren. Aktuell haben Projekte die Möglichkeit, erst einmal auf Kusama zu entwickeln und anschließend auf Dot zu expandieren. Dafür müssen sie sich vorher aber erst einmal einen Parachain-Slot sichern, um dann letztendlich an den Parachain-Auktionen teilnehmen zu können. Es bleibt spannend, denn das ganze Thema scheint extrem viel Potenzial zu haben. Vor allem, wenn wir es hinbekommen, Blockchain-übergreifende Transaktionen umzusetzen, die Netzwerke skalierbarer werden und vor allem auch die Aktualisierungen deutlich flexibler werden. All diese Themen sind absolut zukunftsorientiert und bieten langfristig gesehen einiges an Potenzial. Falls ihr euch grundsätzlich mit dem Thema Bitcoin und Kryptowährungen auseinandersetzt, dann seht euch doch gerne mal die ersten beiden Links in der Videobeschreibung an. Zum einen ist das die Trading-Plattform Bybit und absolute Bitcoin- und Krypto-Pflichtlektüre. Falls ihr also neu in dem Bereich seid und euer Wissen erweitern wollt, dann solltet ihr das Buch auf jeden Fall gelesen haben. Sehen wir uns das zweite Thema an und hierbei geht es vor allem um Cardano. Denn Cardano ist vor allem in den letzten 24 Stunden ebenfalls sehr, sehr stark angestiegen um knapp 12% in den letzten 7 Tagen um knapp 28% bzw. 29%. Man sieht also ganz klar, dass Cardano unabhängig von den meisten anderen Kryptowährungen keine Korrelations- und Bitcoin aufweist. Denn der Bitcoin hat nun mal in den letzten 7 Tagen knapp 17% noch mal eingebüßt und Cardano hat das Ganze einfach komplett ignoriert und ist seinen eigenen Weg gegangen. Es gibt natürlich auch entsprechende Ideen, warum das der Fall sein könnte. Hierbei geht es natürlich auch um die Smart-Contract-Funktionalitäten, die dann im August freigeschaltet werden sollen. Das ist jedenfalls die Idee, das Alonzo-Upgrade soll jedenfalls laut Charles Hoskinson voraussichtlich im August umgesetzt werden. Auf der anderen Seite haben wir es ja aber auch mitbekommen, dass vor allem die meisten Investoren extrem genervt von Elon Musk sind, weil er den Preis von verschiedenen Cryptocurrencies pumpt und dumpt, so wie er lustig ist. Einfach aufgrund von verschiedenen Tweets, die er auf Twitter veröffentlicht. Und es scheint so zu sein, als würden Investoren nun nach anderen Möglichkeiten suchen, um ihr Kapital zu investieren. Heißt also, es könnte durchaus sein, dass die Bestände aus verschiedenen Cryptocurrencies hier abgezogen werden und zum Beispiel in Cardano investiert werden. Denn durch die ganze Thematik ist nun mal nochmal die Diskussion rund um Proof-of-Work im Vergleich zu Proof-of-Stake aufgekommen. Viele sehen den Umweltaspekt als großes Problem und suchen wahrscheinlich nach alternativen Cryptocurrencies, die eben in Zukunft auch Probleme lösen. Cardano scheint hier in den Fokus geraten zu sein. Immerhin ist Cardano vor allem in den letzten Wochen und Monaten kontinuierlich unter den Top 10 gewesen und hat vor allem im Laufe des letzten Jahres nochmal ordentlich zugelegt, von knapp 16 Cent pro Stück auf knapp 2,13 Dollar zum jetzigen Zeitpunkt, wobei sich das natürlich im Laufe des Tages nochmal ordentlich verändern kann. Das große Problem ist eben auch, dass wir im Proof-of-Stake-Kontext im Vergleich zum Bitcoin und Proof-of-Work eben keine so starke Sicherheit haben. Klar, das ist eben eines der Wermutstropfen, die wir hier beachten müssen, denn diese Cryptocurrencies sind eben deutlich kleiner und funktionieren nun mal anders. Aber der Bitcoin ist eben aufgrund dieser Proof-of-Work-Geschichte und vor allem aufgrund der Größe und der ganzen Energie, die in gewisser Weise aufgebracht wird, ob nun grün oder nicht, eben entsprechend sicher. Und das muss man eben auch immer im Fokus behalten. Cardano hat nun mal auch angekündigt, einige sehr interessante Dinge umzusetzen. Sie machen sich langfristig ebenfalls Gedanken und versuchen eben unkonventionellere Wege zu gehen und versuchen eben zum Beispiel auch in Afrika Fuß zu fassen, Lösungen zu etablieren und der Bevölkerung zu helfen. Ganz interessante Dinge, die dahinter stehen, die ADA in gewisser Weise ordentlich pushen. Es bleibt also extrem spannend. Wenn wir uns aber die Zahlen von gestern angucken, dann gibt es mit Nano einen eindeutigen Tagessieger, denn Nano konnte innerhalb von 24 Stunden um knapp 125% nach oben schießen und das könnte vor allem aufgrund des umweltfreundlichen Ansatzes hier begründet liegen. Sehen wir uns nur noch das letzte Thema an und hierbei geht es um Tether und den Einblick in die Zusammensetzung der Reserven. Das ganze Thema Tether und die Bargeldreserven bzw. die Abdeckung pro Tether in US-Dollar ist nun mal ein heißes Thema, das wir bereits 2018 bzw. 2017 miterlebt haben. Hier gab es ja einige Vorwürfe gegenüber von BitPhoenix, dass also einige Machenschaften hier den Preis von zum Beispiel dem Bitcoin pumpen und dumpen sollen. Große Vorwürfe, die hier erhoben worden sind, unabhängig davon ist der Stereo-Coin-Tether trotzdem der größte an den US-Dollar gekoppelte Coin überhaupt und die Fragestellung der Reserven bzw. der Aufteilung, die stand häufiger schon im Raum. Und nun gibt es eine entsprechende Grafik, die kommunizierte und veröffentlicht wurde. Das ist diese hier, in der einfach aufgezeigt wird, wie quasi die Reserven aufgeteilt sind. Und das große Problem ist hierbei eben, dass wir nicht sehen, in welche verschiedenen Unternehmen sie quasi sich mit eingekauft haben bzw. entsprechende Einlagen in Form von Commercial Papers halten. Das heißt also, in gewisser Weise haben sie zwar Zahlen und Daten offengelegt, aber diese Daten wurden nicht von einer unabhängigen Wirtschaftsprüfungsgesellschaft gegengecheckt. Deswegen sollte man hier ein bisschen aufpassen. Es gibt zwar zwei Berichte des karibischen Wirtschaftsprüfers Moore-Kamen aus diesem Jahr, aber auch hier sind wir nicht komplett sicher, wodurch eigentlich die US-Dollar-Tether vollständig abgesichert sein sollen. Auch das geht aus diesem Bericht nicht hervor. Doch die Frage ist natürlich auch, warum eigentlich diese Daten veröffentlicht werden müssen. Denn zum Beispiel Gemini mit ihrem Stablecoin oder eben auch Circle müssen diese Informationen zum jetzigen Zeitpunkt nicht liefern. Und dabei geht es vor allem um die Vereinbarung mit der New Yorker Generalstaatsanwaltschaft. Denn sie haben ja in der Vergangenheit gegen Tether und die Schwester-Kryptobörse BitPhoenix Untersuchungen angestellt. Denn hierbei ging es um Vertuschungen von Verlusten in Höhe von knapp 800 Millionen US-Dollar. Anschließend wurden beide Unternehmen zu Zahlungen in Höhe von 18,5 Millionen US-Dollar aufgefordert. Sie haben sich dann entsprechend darauf geeinigt, dass es also diesen Vergleich gibt. Und anschließend soll es eben vierteljährlich eine Aufschlüsselung ihrer Reserven geben, die veröffentlicht werden müssen. Es bleibt also spannend, ob in Zukunft weitere Daten zu sehen sind. Am Ende sind sie einfach dazu gezwungen, diese Daten zu veröffentlichen und versuchen natürlich so wenig wie möglich kundzutun über ihre eigenen Positionen. Aus unternehmerischer Sicht plausibel, hat hier natürlich auch die Idee dahinter Vertrauen wieder aufzubauen. Tether wird ja trotzdem immer noch als größte Stablecoin-Geschichte hier gehandhabt. Immerhin noch knapp 58 Milliarden US-Dollar Market Cap und aber auf der anderen Seite ein Trading-Volumen von 151 Milliarden US-Dollar innerhalb von 24 Stunden. Tether ist nun mal da, um zu bleiben und wird eben auch aktiv genutzt, um zum Beispiel Cryptocurrencies in US-Dollar Tether zu tauschen, weil der Stablecoin eben an den US-Dollar gekoppelt ist und dadurch in gewisser Weise entsprechende Sicherheiten suggeriert. Gut, ich hoffe, euch hat dieses kurze und informative Video gefallen. Falls das so war, würde ich mich riesig über einen Daumen nach oben freuen. Und wenn ihr weitere Videos zu dem oder anderen Themen sehen wollt, dann solltet ihr auf jeden Fall direkt erstmal ein Abo dalassen. Ansonsten hören und sehen wir uns die Tage wieder. Ciao, ciao.